Schneidbrenner, genau. Die benötigt wird um das Gitter unter Wasser auf Schneidbrennern zu können. Wer immer da die korrekte Bezeichnung ist. Die benötigt wird um das Gitterbrennern zu können. So, gleich landen und in die richtige Richtung schauen, dass ich schneller weg bin. Du sollst die auf mich schiessen, aber sehr wahrscheinlich kann ich das da Sneaky erledigen. Jetzt ist es wie immer Zufall, welcher Punkt da aktiviert ist. Da ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Und jetzt haben sie mich entdeckt. So, I deduce from the sound of gunfire that you have not gone for the stealthy approach. Fair enough? Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So und schon kommen sie wieder die Idioten, die mich abschießen wollen Aber der Golfplatz bietet mir guten Schutz So, jetzt noch die Waffen, müssen die die Waffen besorgen Und dann kann ich bereits wieder den Final spielen Und dann die Waffen zum Beispiel Und dann die Waffen besorgen